Hallo und herzlich willkommen bei Watt24, Ihrem Onlineshop für professionelles Licht. Mein Name ist Marco Avella und heute möchte ich Ihnen die wichtigsten Dinge zum Thema T8 LED Retrofit näher bringen. Hierfür habe ich als Beispiel die Nava DT T8 mit 28,5 Watt mitgebracht. Leuchtstoffröhren sind in der Industrie weit verbreitet. Einsatzorte sind klassisch Parkhäuser, Lagerräume oder auch Kühlräume. Aber auch in vielen Haushalten sind sie anzutreffen. Zunächst stellt sich die Frage, warum sollte man von Leuchtstoffröhre auf LED-Tube umsteigen? Nun ja, die Antwort liegt auf der Hand. Mit LED-Tubes können Sie natürlich einen Haufen Energie einsparen und damit die Stromkosten senken. Hierfür habe ich für Sie ein kleines Rechenbeispiel vorbereitet. Gehen wir von einer Leistungsaufnahme der herkömmlichen Leuchtstoffröhre von 58 Watt aus. Hinzu kommen noch 12 Watt für das Vorschaltgerät. Dies macht eine Gesamtleistungsaufnahme von 70 Watt. Die Lebensdauer einer Leuchtstoffröhre gehen wir mit 20.000 Betriebsstunden an. Als Stückpreis gehen wir von 3,50 Euro aus. Demgegenüber steht exemplarisch die Narva DT-T8 Pro mit der Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einer Leistungsaufnahme von 28,5 Watt. Hier rechnen wir noch 2 Watt dazu und haben damit eine Gesamtleistungsaufnahme von 30,5 Watt. Der Anschaffungspreis liegt bei uns im Shop aktuell bei 39,27 Euro. Als Strompreis legen wir einfachheitshalber mal 20 Cent pro Kilowattstunde fest. Die Betriebsdauer soll in unserem Beispiel 8 Stunden pro Tag und das 5 Tage die Woche sein. Über 10 Jahre betrachtet haben wir dann für die Nutzungskosten der Leuchtstofflampe 301 Euro und für die Retrofit LED von Narva 165,41 Euro. Die Umstellung rechnet sich nach ca. 2 Jahren. Sie sehen also auf lange Sicht lohnt sich der Umstieg. Umso wichtiger ist es sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt zu entscheiden. Auf was sollte man also bei der richtigen LED-Tube achten? Und hier kommt unser Beispiel die Narva DT-T8 wieder ins Spiel. Sehr wichtig ist zunächst einmal natürlich die Energieeffizienz. Die Narva DT-T8 Pro hier beispielsweise hat mit ihren 29 Kilowattstunden pro 1000 Watt eine Zertifizierung von A++. Außerdem sehr wichtig, achten Sie unbedingt auf die Lebensdauer der LED-Tube. Mindestens 30.000 Betriebsstunden sollten es schon sein. Die Narva hier beispielsweise hat 50.000 Stunden. Das ist mehr als doppelt so viel als eine herkömmliche Leuchtstoffröhre. Zudem gibt der Hersteller Narva 5 Jahre Garantie. Außerdem sehr wichtig bei einer LED-Tube ist ein drehbarer Sockel. Da LED-Tubes im Gegensatz zu herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhren einen Ausstrahlwinkel von nur 120 bis 180 Grad haben, ist es nötig die LED-Tube drehen zu können. Außerdem ist eine Wandmontage der Lampe nur mit drehbaren LED-Tubes möglich. Billigere LED-Tubes, wie zum Beispiel die Melitec von Aldi Nord, haben keinen drehbaren Sockel und schränken sie daher bei der Anwendung ein. Weiter wichtig zum Thema Sockel, die Sockel sollten genauso schlank wie das Rohr selbst sein, damit wasserdichte Kaschierungen für die G13-Fassung darüber gestürmt werden können. Bei billigeren Modellen, wie auch hier wieder bei Melitec von Aldi Nord, wäre das nicht möglich. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die Lichtwerte. Ganz wichtig hierbei der Lichtstrom, denn da LED-Tubes im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren eine geringere Beleuchtungsstärke haben, ist hier auf einen möglichst hohen Wert zu achten. Die Narva DT-T8 Pro kommt mit ihren 3400 Lumen schon ganz gut an eine herkömmliche T8-Leuchtstoffröhre heran. 3000 Lumen sollten es also schon mindestens sein. Auch die Lampeneffizienz ist wichtig. 120 Lumen pro Watt, wie bei dieser LED-Retrofit von Narva, sind da schon ein guter Wert. Darunter sollte der Wert auf keinen Fall liegen. Auch sehr wichtig, was das Licht selbst angeht, ist der CRI bzw. RA-Wert. Dieser Farbwiedergabewert sollte nicht unter 80 liegen. Die Narva DT-T8 Pro erfüllt diese Bedingungen. Natürlich sollten Sie auch darauf achten, welche Lichtfarbe Sie benötigen. Ob Sie beispielsweise ein Neutralweiß mit 4000 Kelvin oder eher ein Tageslichtweiß mit 6500 Kelvin brauchen. Das richtet sich natürlich nach Ihrer Anwendung bzw. nach der zu ersetzten Leuchtstoffröhre. Abschließend kann man sagen, dass eine T8-LED-Retrofit-Lösung in jedem Falle möglich ist. Egal ob ein VVG, ein KVG oder ein EVG vorhanden ist. Wo genau der Unterschied bei der Installation liegt, zeigen wir Ihnen in einem gesonderten Video. Und sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Produkt oder ganz allgemeine Fragen haben, so können Sie sich gerne per Telefon, Chat oder Live-Präsentation an uns wenden. Denn wir von Watt24 lassen Sie nicht im Dunkeln stehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.